Ein Präfekt war im Römischen Reich eine Person, die von einem Magistrat oder dem Kaiser mit der Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe in Verwaltung oder Militär betraut wurde. Präfekten entstammten in der Regel dem Senatoren oder dem Ritterstand. Präfekten aus dem Senatorenstand Präfektus Urbi, ranghoher Senator, formaler Stellvertreter des Kaisers für die Stadt Rom und Kommandant der Kohortes Urbanae. In der Spätantike gehörten die Stadtpräfekten von Rom und Konstantinopel zu den höchsten Würdenträgern im Reich. Präfektus Aeari Militares Drei Senatoren, die die Praetor bekleidet hatten und das Aearium Militare verwalteten. Präfektus Aeari Saturni Zwei Senatoren, die den Staatsschatz verwalteten, zuerst gewesene Praetoren seit Claudius ehemalige Quästoren. Präfektus Alimentorum Senator, zuständig für die Alimenta Präfektus Fomenti Dandi Zwei, später vier gewesene Praetoren, für die Gratisverteilung von Getreide in Rom Präfektus Feriarum Lettenarum Causa Präfekten aus dem Ritterstand Präfektus Ägypti Stadthalter von Ägypten, das ranghöchste Amt, das einem Ritter zugänglich war Präfektus Annone Verantwortlich für die Getreideversorgung Roms Das Amt gab es auch für andere Städte des Römischen Reiches Präfektus Siftes Stadthalter einer Region, die nicht in die eigentliche Provinzverwaltung einbezogen war Ein bekanntes Beispiel ist Pontius Pilatus, Präfekt von Judea Präfektus Gentis Verwalter nomadisierender Stämme im Römischen Nordafrika Präfektus Viaculorum Leiter des Cursus Publicus des staatlichen Beförderungswesens Präfektus Praetorio Der Praetorianer Präfekt, dessen Amt in der Spätantike zum Haupt der zivilen Reichsverwaltung umgewandelt wurde Präfektus Vigilum Kommandant der Vigilis in Rom Präfektus Legionis In der frühen und hohen Kaiserzeit Kommandant einer der in Ägypten stationierten Legionen ab dem 3. Jahrhundert bei allen Legionen Präfektus Gastrorum Kommandant eines Legionslagers in der Regel aufgestiegen aus der Laufbahn der Sencherionen Präfektus Gohortis und Präfektus Allee Kommandant einer Hilfstruppeneinheit Bis Claudius auch oft ein Karriereposten für Sencherionen, dann fast nur noch an Ritter vergeben Präfektus Classes Kommandant einer der römischen Flotten Präfektus Orimaritime Kommandant, der mit der Verteidigung eines Sektors der Meeresküste betraut war Präfektus Fabrum Eigentlich Vorsteher der Handwerker im römischen Heer, teilweise auch für andere Offiziere gebraucht Weitere Präfekten Präfektus Collegii Vorsteher eines Berufsvereins Präfektus Iure Diciendo Mit der Rechtsprechung betraut Präfektus Iure Diciendo